Ja, hallo zusammen zur nächsten Runde Grim Dawn, Reign of Terror, Grim Diablo 2, keine Ahnung, whatever. Wir gehen jetzt mal dahin, wo wir das letzte Mal scheinbar das Ganze, naja, wo das Ganze beendet wurde. Also nicht da, wo ich die Aufnahme freiwillig beendet habe, sondern wo ich denke, dass ich gestorben bin, weil ich da nichts mehr entdecken kann oder beziehungsweise nicht mehr weiter entdeckt habe. Schnauze. Ich würde ganz gerne heute auf jeden Fall diese Schmiede finden, damit ich euch das jetzt noch mal zeigen muss. Wir sind jetzt, glaube ich, in der dritten Aufnahme. Ich habe die ersten beiden schon dezent überzogen. Ach, scheiße. Wartet mal eben, mir ist gerade mein Handy runtergeknallt. So, da ist es wieder. Ich sollte jetzt mal woanders hinlegen. Ah, lalalala. Was denn? Ach, hier. Aua. Können wir das mal lassen? Ich sage, ob wir das mal lassen können. Neues Portal. Vorsichtshalber. Ja, ihr seht, dass meine Nahkampffähigkeiten, wie soll ich das formulieren, tendenziell nicht vorhanden sind. Ach, scheiße. Die Arschlochviecher mal wieder. Aua. Das war knapp. Außer auch nicht knapp sogar. Heil mich doch mal eben, Arschloch. Willst du mich mal heilen? Das geht auch schneller, mein Freund. Warum heilt der Penner mich nicht? Dann mache ich es halt mit dem Trank. Dann ist das so. Äh, hallo Freunde. So, wo sind wir denn jetzt? Ja, hier waren wir scheinbar noch nicht. Lässt er mich da durch? Und nicht lässt, sondern lasst. Hey, Freunde. Ach, komm schon. Oh, ich bin schon. Und jetzt soll ich jetzt noch. Ich bin schon. Okay. Ich bin schon. Und jetzt ist er dann doch gekommen. Und jetzt? Oh, ich bin schon. Oh, ich bin schon. Oh! Oh, ich bin schon. was war das jetzt nach hier diese arschviecher wieder heilen willst du mich jetzt auch gerade nicht ja ja jetzt nicht mehr halt einfach die fresse so wo ist denn diese schmiede das gebiet ist ja wirklich riesig kann man echt nicht anders sagen glaubt ihr doch kein mensch hier oder so ich weiß echt nicht mehr wie ich noch zu dem wo diese schmiede noch sein soll rennst hier rum und tötest die ganze zeit ein monster aber ist könntet ihr mal abhauen könntest du mich heilen ich weiß nicht warum der so scheiße heilt in letzter zeit ich kann es euch nicht sagen wartet mal doch das hat was gebracht den neuer zu zaubern naja geht 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 oder wie heißt das so schön ja aber das ist doch hier auch komisch so hier waren wir nämlich schon das hilft uns nicht das hilft uns mal genau gar nicht kaffee ist alle das ist böse naja aber jetzt nicht während der aufnahme session könnte mal eben vorsichtshalber hier mal im portal aufmachen ja gut wir haben jetzt wieder zwei quäste bekommen was man eigentlich ganz gut gefällt wir sollten jemanden killen und wir sollen wie er liebe magic schon gesagt hat den stein kaputt kriegen ja ja willst du machst du ist mir egal macht doch arschloch 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 renn mir ruhig weiter hinterher das ist okay ab und zu christ immer so und was sollte das denn jetzt hier hau ab hau doch einfach ab pisse ich sagte hau ab aber ganz schnell du machst keine waffen aus meinen knochen das geht gar nicht klar mein freund ouch ich jetzt na siehst du da ist er dort da kann man noch mehr arschlöcher hallo kannst du mal eben danke ein hammer aber erstmal kümmern wir uns um den hier was kann der denn so nichts besonderes warum warum soll der besondere naja ja ja das ändern wir gleich inventory das können wir dann nochmal schönes entfernen das war die die wir nicht so richtig gebrauchen können so was zum beispiel hier und so ein helm dürfte sich auch mal obwohl der arme ist ja schon naja gut egal wir nehmen ihn trotzdem mit helfer schämmer okay wir haben ihn den sollten wir auch holen wie ich jetzt gerade feststelle haut ab echt jetzt mal ziel suchende raketen aber was habt ihr da ich werde jetzt ein teufel tun wieder zurück zu gehen freunde das wird nicht passieren naja ja 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 ist ja gut nur um zu verticken dann schmeiße ich lieber was weg als dass ich mir das antue ach komm hier sowas kann weg place lalala was gab es denn ein devotion point eine arme ohne ein perfekte pass was ist das macht feuer der mensch über piercing damage und naja wie auch immer so und jetzt können wir uns wieder nämlich zurück porten lassen so wie ich das sehe also nichts wenn noch mal im gucken sonst kriegen nachher wieder mecker von magic dass ich nicht genug geguckt habe und irgendwie kisten übersehen habe ja hier sind noch arschlecker lasse ich jetzt erstmal liegen so das sieht doch mal hart nach einem portal aus finde ich okay wer auch immer du bist wir sollen aber mit thürer reden und der ist nicht hier du bist auch ein engel habe ich den eindruck aber auf jeden fall sollen wir dich erstmal ja ist okay okay ich habe hier nichts mehr gefunden wer jetzt die kiste übersehen habe ist das so wir porten uns zurück hallo so schwupp die wuppe so mein freund und kupferstecher da bist du ja okay du hast nichts zu sagen oder naja gut wir gehen nochmal in verticken und dann sind wir auch mit der folge durch ja halt die fresse so die behalten wir mal weil es ne unique ist ein gewehr brauchen wir auf gar keinen fall weniger schaden deutlich weniger schaden ebenfalls deutlich weniger schaden pistole geht eh gar nicht klar nee mm das werden wir auch nicht wegwerfen das kann weg was mich ein bisschen ärgert ist hier dass er kein kistenfuzzi ist wo ich mal meine sachen rein tun könnte wäre schon ganz nice das 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 wo wir erwarten wir auf gar keinen fall können wir auch nichts mit anfangen auch nicht da sind auch mal hier irgendwie stiefelchen auch sehr viel schlechter als die wir tragen deshalb müssen wir sie trotzdem nicht verticken den blutchen behalten wir natürlich nach scheiße ich glaube den wollte ich jetzt nicht unbedingt verkaufen wollte ich sagen da wollten wir noch die den den six watch rausnehmen den wollten wir glaube ich auch erst mal behalten auch wenn er auch nicht zum wegschmeißen hier macht aber auch weniger schaden als das was wir jetzt gerade machen ist echt unfassbar also waffen die besser sind als das was wir gerade tragen ist echt so ein ding tendenziell sehr selten auch tausend weniger schaden das haben wir hatten doch noch ein war der jetzt da ok ihr lieben dann soll es das für heute gewesen sein ich bedanke mich für zuschauen und wieder 17 minuten und bis zur nächsten folge tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal